Dann darf ich die nächste Rede ankündigen. Diese Demo findet ja statt unter dem Motto 3G. Und 3G, das steht für uns für gegen grünes Gaga. Und natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir 3G einhalten. Aber dafür müssen wir erst mal wissen, was 3G genau ist. Und jetzt haben wir hier den Vorteil, dass wir eine Sprachwissenschaftlerin da haben, eine Germanistin, die uns jetzt ein bisschen etwas über das grüne Gaga erzählen wird. Großen Applaus für Dr. Katja Leihhausen! Danke, Achim. Hallo. Ja. Grünes Gaga ist ein ganz toller Begriff. Ich danke den Organisatoren dafür. Man kann damit grüne Politik ins Lächerliche ziehen. Aber, wie wir auch gerade schon gehört haben, es ist ja gar nicht lustig. Wir sehen zum Beispiel, oder wir sehen immer, dass grünes Gaga krank macht. Zum Beispiel und ganz besonders junge Menschen und Kinder. Ende März hat mal wieder Fridays for Future die Schüler im ganzen Land zur Klima-Klima-Demonstration aus den Schulen geholt. Nach zwei Jahren Corona-Schulchaos. Das war wirklich gut, dass die Kinder mal ein bisschen Abwechslung bekommen haben. Die Schulgärten werden zugepflastert. Unterricht wird ins Homeschooling an die Bildschirme verlagert. Wenn Lockdown ist, werden die Jugendlichen aus den Grünanlagen vertrieben. Sogar den ganz Kleinen wurde das Spielen im Freien verboten. Aber nun werden sie wieder schnell alle herbeigerufen, damit sie für das 1,5-Grad-Plan-Ziel der Grünen-Partei die Schule schwänzen. Die Instrumentalisierung unserer Kinder im Namen von Bevölkerungsgesundheit und Weltklimarettung geht also weiter. Das ist grünes Gaga. Deshalb bin ich hier. Ich will eine Begriffsklärung versuchen. Für mich besteht grünes Gaga in falschen Versprechen, die unter falschen Voraussetzungen gegeben werden und die in einer konkreten Politik von Täuschung und Selbsttäuschung zur Anwendung kommen. Grünes Gaga ist Ausbeutung durch Irreführung und davon werden Menschen krank. Die Grüne Partei hat kein Monopol auf grünes Gaga. Es wird aber von dieser Partei besonders vorangetrieben, weil sich die Umwelt- und Klimathemen besonders dafür eignen. Überall, wo grüne Themen behandelt werden, ist man dazu übergegangen, sich nicht mehr mit dem zu beschäftigen, was gegenwärtig gerade geschieht. Das verlangt ja Differenzierung und Kompetenz, genaues Hingucken und so weiter. Stattdessen wird besprochen, was in Zukunft bestimmt noch alles geschehen kann. Corona und Impfpolitik geben dafür regelrecht ein Muster ab. Erst heißt es, es kann alles noch ganz schlimm werden. Das Virus kann die Bevölkerung dahin raffen. Long Covid kann uns noch auf Jahre quälen. Die Pandemie kann wiederkommen. Freilaufende Kinder können gerade in Pandemiezeiten gefährlich werden. Und Kritiker, die das alles nicht glauben, können sehr gefährlich werden. Der hohe Energieverbrauch und die Nutzung fossiler Energieträger können die Erde unbewohnbar machen. Und dann wird behauptet, aber wir können etwas dagegen tun. Wir können die Probleme lösen. Wir können... Ja, was können wir eigentlich? Also ich bin Germanistin. Mein Thema ist die deutsche Sprache. Wenn man Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, was ich früher mal gemacht habe, dann übt man mit den Studenten so ein Verb wie können in ein Substantiv umzuformulieren, damit man seine Funktion im Satz besser versteht. In den Sätzen der grünen Politik, Medien und Wissenschaften sieht man, es geht ihnen nicht um irgendwelche Möglichkeiten, statistischen Wahrscheinlichkeiten, nicht um Risiken und Optionen der Gefahrenprävention. Sie machen keine Nutzen-Risiko-Abwägungen, das haben wir ja gesehen gerade. Womöglich müssten Sie sich dann eingestehen, dass solche Abwägungen in komplexen Gesellschaften schwierig sind. Außerdem würde das ein Publikum voraussetzen, welches sich eine eigene Meinung bildet und Widerworte gibt. So ein Publikum ist anstrengend. Es kostet nur und zahlt nicht. Deshalb schüchtern Sie es lieber gleich richtig ein. In einer eigenen Mischung aus Panik, Schicksalsgläubigkeit und Größenwahn. Erst machen Sie Risiken zu apokalyptisch gepfefferten Warnungen vor der ultimativen, unausweichlichen Katastrophe. Und dann brezeln Sie Möglichkeiten der Prävention zu vollmundigen Erlösungsversprechen auf. Wir können diese allerletzte Katastrophe mit neuen Technologien und mit einer neuerdings hart durchgreifenden Staatsgewalt abwenden, sofern wir uns alle unterwerfen. In der Diskursanalyse nennt man diese beiden Muster von Können, Warnung und Versprechen, Katastrophismus und Solutionismus. Katastrophismus ist selbsterklärend. Solutionismus eigentlich auch. Es kommt von Englisch Solution und meint die Ideologie der Problemlösung und Weltverbesserung durch Big Data. Also durch Prozessmodellierungen, PCR-Tests, Tracing-Apps, mRNA-Impfstoffe auf der Basis genetischer Datenbanken und so weiter. Zu beschreiben wäre außerdem, wie dieses Können in ein Müssen transformiert wird. Ein Zungenschlag und hast du nicht gesehen, haben diese Zukunftsexperten mit knallharten Verboten unsere Freiheitsrechte in die Vergangenheit entsorgt. Mit ihnen landet man ganz plötzlich in einer abartig neuen Zeit. Grandiose Helden kämpfen ja bekanntlich nicht nur mit schweren Waffen gegen das Böse, wie wir das gerade gehört haben. Sie vernichten auch alles und alle, die sich ihnen dabei in den Weg stellen. Können heißt also bei ihnen nicht, dass noch irgendjemandem eine Option im Handeln entscheiden und nachdenken bliebe. Erinnert euch mal an die jungfräuliche Unschuld des Covid-Impfangebots. Jeder kann sich impfen lassen. Katastrophismus und Solutionismus führten schnell zu dem Vorwurf, kannst du dich nicht impfen lassen? Es dauerte nicht lange, da hieß es, die Impfunwilligen müssten nun tatkräftig aus der Öffentlichkeit ausgesperrt werden. 2G ist jetzt ein zwingendes Muss, dröhnten diese Trickbetrüber der Grundrechtsberaubung. Aus der Impfung war ein Angebot geworden, das niemand ablehnen konnte. Eine Erpressung, ein Mafia-Angebot. Jeder kann sich doch impfen lassen. Nun haben wir immer gedacht, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass das Impfangebot für die allermeisten Menschen bestenfalls überflüssig ist, würde dieser Unsinn aufhören. Es ist ja nun allgemein bekannt, dass nicht diejenigen, die Impfverweigerer sind, die sich nicht gegen Covid impfen lassen. Es sind diese mRNA-Stoffe selbst, die die Effekte einer Impfung verweigern. Aber nein, je klarer es wurde, dass die Technologie nicht funktioniert, desto größer wurde der Zwang. Menschen werden zu dem Eingriff gezwungen, nicht obwohl die Technologie nicht funktioniert, sondern weil sie nicht funktioniert. Wenn sich nämlich eine ganze Gesellschaft in Katastrophenpanik verrannt hat, aber das Erlösungsversprechen sichtlich ins Leere läuft, dann helfen nur noch Herrschaft und staatliche Gewalt. Nicht Impfen hilft, sondern Impfzwang. Solche demokratiefeindlichen Wendungen im Eselskalopp, das ist grünes Gaga. Nehmen wir ein noch grüneres Beispiel als die Covid-Impfpflicht. Nehmen wir die Epochenbezeichnung Anthropozän. Ihr kennt sie seit dem Jahr 2002 und wisst, das soll die potenzielle Gefahr bedeuten, dass der Mensch die Natur und damit seine eigenen Lebensgrundlagen selbst aktiv zerstören kann. Diese Epochenbezeichnung an sich ist eine einzige Warnung an die Menschen vor sich selbst. Katastrophismus in einem einzigen Wort. Mittlerweile wurde aber diese Bezeichnung von interessierten Kreisen umgedeutet als Erlösungsversprechen im Sinne des Solutionismus. Der Mensch ist durch seine technischen Erfindungen so potent geworden, dass er die von ihm selbst verursachte Zerstörung der Natur selbst verhindern kann. Er kann die Natur beherrschen und weil auch der Mensch zur Natur gehört, kann er als Mensch über andere Menschen herrschen. Wenn diese Technologiefreunde vom Anthropozän sprechen, dann geht es ihnen um einen absoluten Machtanspruch. Diese kleine Wortgeschichte zeigt, dass ein Machtkampf ausgebrochen ist zwischen Katastrophisten und Solutionisten. Die aufdringlichen Technologieverkäufer liefern sich schon lange ein Scharmützel mit den apokalyptischen Trommlern. Umgekehrt werden sie angeklagt am Ökozid und Massenmord wegen Klimaschädigung schuld zu sein. An der Oberfläche dieser Scharmützel sieht es so aus, als ob sich beide Ideologien gegenseitig lahmlegen. Aber die Gemengelage wird zunehmend unübersichtlich. Und es bleibt übrig die Herrschaftsanmaßung von Staatsgewalt und Mehrheitsgesellschaft. Den Übergang von Können zu Müssen zeigt die ganz neue Epochenbezeichnung Pandemie 10. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das gibt es wirklich. Das Scheitern der großen technischen Versprechen, die wir jetzt bei der sogenannten Covid-Impfung erlebt haben, ist in diese Bezeichnung schon mit eingepreist. Ich habe sie in der Zeitschrift Atlantic gerade vom 28. April online gefunden. Und da wird über eine Computersimulation der Universität Georgetown in Washington DC berichtet. Die Ergebnisse sind natürlich, wie kann es anders sein, alarmierend. Denn aufgrund des Klimawandels leben wir, wörtlich, in einem Zeitalter ansteckender Gefahren. Gerade dachten wir noch, wir lebten im Anthropozän, also im Zeitalter des Menschen. Und da erklärt uns diese Simulation, für die Viren der Welt ist dies eine Zeit beispielloser Möglichkeiten. Wir leben also im Zeitalter der Viren. Natürlich wird auch hier versprochen, dass wir uns der ultimativen Virenkatastrophe durch technische Virenüberwachung und Impfstoffherstellung entgegenstellen können. Doch gibt es im Verhältnis zu diesen technischen Möglichkeiten viel zu viele starke und klimabedingt viel zu gut vernetzte Viren? Virentechnisch ist das Pandemie 10 nicht beherrschbar. Deshalb orakelt dieser Zeitungsartikel, die Welt muss bereit sein. Wir müssen uns auf weitere Pandemien vorbereiten. Die Rede von Pandemie 10 ist die offene Androhung erneuter staatlicher Zwangsmaßnahmen. Mit effektivem Umwelt- und Klimaschutz hat das alles natürlich nichts zu tun. Die Umweltbewegung ist von jeher eine emanzipative Bewegung, die das Wohl von Natur, sozialer Gemeinschaft und Individuum zusammendenkt. Ihre wirklichen Aktivisten haben schon 1972 den Meadows-Bericht des Club of Rome sehr aufmerksam gelesen und sofort verstanden. Der Club of Rome ist ein Think Tank von Industriellen und ihren Experten, nicht von unabhängigen Forschern. Wenn die feststellen, dass die materiellen Ressourcen auf der Erde endlich sind und kein wirtschaftliches Wachstum mehr garantieren, dann werden auf Dauer immaterielle Werte ausgebeutet werden. Den Leuten wird eingeredet werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre menschlichen Bedürfnisse aus eigener Kraft zu befriedigen. In allen denkbaren Bereichen wird man ihnen Hilfsmittelchen aufschwatzen. Zuerst natürlich in Medizin und Gesundheit, wo den Menschen immer mehr Pillen und Impfungen angedreht werden, weil sie sich angeblich ohne das nicht mehr gesund halten können. Heute hängen Menschen an Smartphone-Apps mit Schrittzähler, Puls- und Blutdruckmessung, weil sie angeblich nicht mehr wissen, wie sie sich gerade fühlen. Es war ein leichtes, sie zu Antigen- und PCR-Tests zu überreden. Ausgebeutet wird auch die Sexualität. Im Gender- und Transgender-Diskurs wird heute besonders den jungen Menschen eingeredet, sie hätten in diesem Punkt keine Orientierung mehr und bräuchten deshalb in allen Bereichen Geschlechtssymbolik. Das ist ganz perfide, weil ihnen so vermittelt wird, sie könnten keine Beziehung mehr herstellen zu anderen Menschen, ohne diesen künstlichen Geschlechtscode zu bedienen. Da aber dieser Code wiederum wegen der Gleichberechtigung ja gar nichts bedeuten soll, gerät die Wahrnehmung von Beziehungen tatsächlich durcheinander. Unsere Kinder werden verrückt davon. Auch bei Corona wurden menschliche Beziehungen schäbig ausgenutzt. Man brauchte die Tests ja nicht nur, um zu wissen, ob man gesund ist, sondern vor allem, um sich erstmal Klarheit darüber zu verschaffen, ob man überhaupt noch als Mensch unter Menschen gehen darf. Bildung und Wissenschaft werden ausgebeutet. Angeblich braucht das Publikum jeden Abend einen zertifizierten Experten im Fernsehen, der ihnen die Nachrichtenlage erläutert. Und dann noch einen Faktenchecker obendrauf, der ihnen diese Meinung als Wahrheit verkauft. Die Kommunikation wird ausgebeutet. Man redet den Leuten ein, dass sie Konflikte alleine nicht mehr lösen können. Dass sie immer einen Kommunikationsexperten dabei haben müssen, der ihnen sagt, was sie noch sagen dürfen und in welche Richtung sie denken müssen. Die Moral wird ausgebeutet. Das Bedürfnis, Gutes zu tun. Weil die Menschen ihren Beziehungen nicht mehr trauen, kann man sie im Namen von Moral oder Solidarität ganz leicht gegeneinander aufhetzen. Der Wahnsinn hat Methode. So, als hätte man die Menschen gefragt. Wollt ihr die totale Verunsicherung? Die emanzipativen Umweltaktivisten beschäftigen sich auch schon lange mit der Frage, warum so viele Menschen das alles mitmachen. Es heißt ja immer, das liegt am Kapitalismus oder am Neoliberalismus und Sozialismus wäre dann vielleicht schöner oder ich weiß nicht. Es wäre überall gleich. Denn wir leben am Übergang von Wohlstands- und Industriegesellschaft. Also in einer Gesellschaft, wo immer noch Reichtümer verteilt werden und zugleich die Risiken, die mit der Erwirtschaftung dieser Reichtümer verbunden sind. Das Prinzip heißt, die Reichtümer immerher zu mir und die Risiken weg zu den anderen. Dazwischen hat sich das grüne Gagga ausgebreitet. Die Menschen wollen erstens Sicherheit und zwar am besten vor der ganz großen globalen Katastrophe, weil die Ihnen ja angedroht wird. Sie wollen zweitens allen Wohlstand und Komfort, der Ihnen nicht mehr ohne weiteres garantiert wird. Sie wollen deshalb drittens bitte ein gutes Gefühl beim Wohlstandskonsum. Deshalb glauben Sie gerne an die großen Sicherheitsversprechen. Und Sie wehnen sich gerne in dem grandiosen Gefühl, mit moralischer Überlegenheit selbst etwas beizutragen zur globalen Sicherheit. Heute gönnt man sich nicht einfach im Sinne der Wohlstandslogik ein neues Auto, sondern im Sinne der Risikogesellschaft zugleich noch ein gutes Umweltgewissen, indem man großzügig auf sportliches Fahren mit Verbrennungsmotor verzichtet und aufs E-Auto umsteigt. Dazu kommt, dass Wohlstands- und Risikogesellschaften hierarchisch strukturiert sind. Während in der Wohlstandsgesellschaft materielle Güter die Garantie abgeben für Prestige und Privilegien, ist es jetzt das reine Umwelt- und Hygienegewissen, das gerne zur Schau gestellt wird. Dass viele immer noch Maske tragen, draußen im Freien, also an wirklich erstaunlichen Orten auch, kann ich mir mit Katastrophismus und Solutionismus allein nicht mehr erklären. Sie tragen die Maske, weil Sie damit zeigen, an welcher herausragenden Stelle in der Gesellschaftshierarchie Sie stehen. Und weil Sie ganz genau wissen, nur wenn Sie sich durch sichtbares Wohlverhalten sichtbar an der richtigen Stelle positionieren, bekommen Sie auch weiterhin Zugang zum gewohnten Lebensstandard. Gehorsam, das ist die Währung der Zukunft. Der sogenannte Umwelt-, Gesundheits- und Klimaschutz, der daraus entsteht, ist in Wirklichkeit nur Greenwashing. Das ist das letzte Wort, das ich heute erläutere, weil in diesem Wort alles drinsteckt. Als Wortkonstruktion ist es nämlich angelehnt erstens an Whitewashing, was heißt, dass die Verantwortlichen ihr eigenes Gewissen reinwaschen. Zweitens an Brainwashing, was bedeutet es, dass sie durch Propaganda die Öffentlichkeit steuern. Und drittens zu Hawkwash. Hawkwash ist der Unsinn, der in der Sache getrieben wird. Die ungeklärte Entsorgung der E-Autos, die Ausbeutung seltener Erden auf entlegenen Kontinenten, der Landraub weit weg in Afrika für kompensatorische Aufforstung beim CO2-Klimahandel, der Klau genetischer Daten in Indien für dubiose Datenbanken. Überall da haben wir es, das grüne Gaga, das auch Greenwashing oder noch deutlicher grüner Kolonialismus genannt wird. Ein Vorschlag zur Emanzipation kommt von dem Gesellschaftsphilosophen Niklas Luhmann. Der hat schon vor 30 Jahren gesagt, wir müssen über Risiken debattieren. Aber wenn wir das tun, dann verzichten wir doch bitte auf zwei Wörter. Auf das Wort Katastrophe und auf das Wort Sicherheit. Wir haben es ja gesehen, wir können es sehen. Es gibt in Deutschland und an vielen Orten der Welt viele engagierte Menschen, die sich in zahlreichen Umweltinitiativen mutig vorwagen und engagieren. Ihre Erfolge kommen daher, dass sie ganz einfach auf grünes Gaga verzichten. Danke. Das war die Germanistin Dr. Katja Leihhausen auf der Demo der Offenen Gesellschaft Kurpfalz. Alle Redebeiträge zum Nachhören findet ihr auf unserem YouTube-Kanal der Offenen Gesellschaft Kurpfalz und auf der Internetseite www.offges.de oder auch offene-gesellschaft-kurpfalz.de. Und dann wieder auf die Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie?